Das Testergebnis ist unerwartet. Geht's dem Kind gut oder nicht? Es tut mir leid. Aber alles weist auf Trisomie 21 hin, Dorn-Syndrom. Es heißt, wir kriegen ein behindertes Kind. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Eine Schwangerschaftsunterbrechung ist bei dieser Diagnose eine ganz übliche Sache. Ich verpasse meinen Termin wegen dir, weil ich dich zur Schule bringe und dann haust du da ganz einfach ab. Deine Mutter hat sich auch in Luft aufgelöst. Ich war bei euch zu Hause. Wo kann deine Mauer denn sein? Ohne mein Männlein kann ich nicht reinschlafen. Was? Du musst mein Männlein holen. Ohne euren Schlüssel kann ich gar nichts holen. Aber wir haben doch einen Schlüssel. Wir haben einen Schlüssel. Wer über die zwei sprechen? Nur ein Kind, den wir uns getroffen haben. Das ist ein Kind, den wir uns getroffen in der ganzen Stern competence. Und ein Gin Tonic.